auch leben hat ob davon in der weise des haben oder der des seins die rede ist zwei bedeutungen kann man Liebe haben wenn man das könnte wäre Liebe ein Ding eine Substanz mit dem etwas was man haben und besitzen kann lieben auch lieben hat je nachdem ob davon in der weise des haben oder der des seins die rede ist zwei bedeutungen kann man Liebe haben wenn man das könnte wäre Liebe ein Ding eine Substanz mit hin etwas was man haben und besitzen kann die Wahrheit ist dass es kein solches Ding wie Liebe gibt Liebe ist eine Abstraktion vielleicht eine Göttin oder ein fremdes Wesen obwohl niemand je diese Göttin gesehen hat in Wirklichkeit gibt es nur den Akt des Liebens Lieben ist ein produktives Tätigsein es impliziert für jemanden oder etwas zu sorgen ihn zu kennen, auf ihn einzugehen, ihn zu bestätigen, sich an ihm zu erfreuen sei es ein Mensch, ein Baum, ein Bild, eine Idee es bedeutet ihn, sie, es zum Leben zu erwecken seine oder ihre Lebendigkeit zu steigern es ist ein Prozess der einen erneuert und wachsen lässt wird Liebe aber in der Weise des Habens erlebt so bedeutet dies das Objekt das man liebt einzuschränken gefangen zu nehmen oder zu kontrollieren eine solche Liebe ist erwürgend, lähmend erstickend, tötend statt belebend was als Liebe bezeichnet wird ist meist ein Missbrauch des Wortes um zu verschleien, dass sie in Wirklichkeit nicht geliebt wird es ist eine immer noch offene Frage wie viele Eltern ihre Kinder lieben die Berichte über Grausamkeiten gegenüber Kindern von physischen bis zu psychischen Quälereien von Vernachlässigung und purer Besitzgier bis hin zum Sadismus die wir in Bezug auf die letzten zwei Jahrtausende westlicher Geschichte besitzen sind so schockierend, dass man geneigt ist zu glauben liebevolle Eltern seien die Ausnahme, nicht die Regel für die Ehe gilt das Gleiche ob sie auf Liebe beruht oder, wie traditionelle Ehen, auf gesellschaftlichen Konventionen und Sitte Paare die einander wirklich lieben scheinen die Ausnahme zu sein gesellschaftliche Zweckdienlichkeiten Tradition, beiderseitiges ökonomisches Interesse gemeinsame Fürsorge für Kinder gegenseitige Abhängigkeit oder Furcht gegenseitiger Hass werden bewusst als Liebe erlebt bis zu dem Augenblick wenn einer oder beide erkennen dass sie einander nicht lieben und nie liebten heute kann man in dieser Hinsicht einen gewissen Fortschritt feststellen die Menschen sind nüchterner und realistischer geworden und viele verwechseln sexuelle Anziehung nicht mehr mit Liebe noch halten sie eine freundschaftliche, aber distanzierte Teambeziehung für ein Äquivalent von Liebe diese neue Einstellung hat zu größerer Ehrlichkeit und zu häufigerem Partnerwechsel geführt sie hat nicht unbedingt dazu geführt, dass man nun häufiger auf Menschen trifft die sich lieben, die neuen Partner lieben sich möglicherweise genauso wenig wie die Alten Der Wandel vom Beginn des Verliebtseins bis zur Illusion Liebe zu haben, kann oft an konkreten Details anhand der Geschichte von Paaren verfolgt werden, die sich verliebt haben In Sie sind sicher, die Liebenden suchen einander zu gewinnen Sie sind lebendig, attraktiv, interessant und sogar schön da Lebendigkeit ein Gesicht immer verschönt Keiner hat den anderen schon Also wendet jeder seine Energie darauf, zu sein Das heißt, zu geben und zu stimulieren Häufig ändert sich mit der Eheschließung die Situation grundlegend Der Ehevertrag gibt beiden das exklusive Besitzrecht auf den Körper Die Gefühle, die Zuwendung des anderen Niemand muss mehr gewonnen werden, denn die Liebe ist zu etwas geworden, was man hat, zu einem Besitz Die beiden lasten in ihrem Bemühen nach, liebenswert zu sein und Liebe zu erwecken Sie werden langweilig und ihre Schönheit schwindet Sie sind enttäuscht und ratlos Sind sie nicht mehr dieselben? Haben sie von Anfang an einen Fehler gemacht? Gewöhnlich suchen sie die Ursache der Veränderung beim anderen und fühlen sich betrogen Was sie nicht begreifen, ist, dass sie beide nicht mehr die Menschen sind, die sie waren, als sie sich ineinander verliebten Dass der Irrtum und könne Liebe haben, sie dazu verleitete, aufzuhören zu lieben Sie arrangieren sich nun auf dieser Ebene und statt einander zu lieben Besitzen sie gemeinsam, was sie haben Geld Gesellschaftliche Stellung Ein Zuhause Kinder Die mit Liebe Beginnende Ehe verwandelt sich so in einigen Fällen in eine freundschaftliche Eigentümergemeinschaft Eine Körperschaft In der zwei Egoismen sich vereinen Die Familie In anderen Fällen sehnen sich die Beteiligten weiterhin nach dem Wiedererwachen ihrer früheren Gefühle Und der eine oder andere gibt sich der Illusion hin, dass ein neuer Partner seine Sehnsucht erfüllen werde Sie glauben, nichts weiter als Liebe zu wollen Aber Liebe ist für sie ein Idol, eine Göttin, der sie sich unterwerfen wollen Nicht ein Ausdruck ihres Seins Sie scheitern zwangsläufig Denn Liebe ist ein Kind der Freiheit Wie es in einem alten französischen Lied heißt Und die Anbieter der Göttin Liebe versinken schließlich in solche Passivität Dass sie langweilig werden und verlieren, was von früherer Anziehungskraft noch übrig war Diese Feststellungen schließen nicht aus, dass die Ehe der beste Weg für zwei Menschen sein kann Die einander lieben Die Problematik liegt nicht in der Ehe als solcher Sondern in der besitzorientierten Charakterstruktur beider Partner Und letzten Endes der Gesellschaft, in der sie leben Die Befürworter moderner Formen des Zusammenlebens wie Gruppenehe Partnertausch, Gruppensex etc. versuchen, soweit ich das sehen kann Nur ihre Schwierigkeiten in der Liebe zu umgehen Indem sie die Langeweile mit ständig neuem Stimuli bekämpfen Und die Zahl der Partner erhöhen, statt einen wirklich zu lieben Vergleiche die Unterscheidung zwischen einfachen und aktivierenden Stimuli Im zehnten Kapitel von The Anatomy of Human Destructiveness Erich Fromm, 1973 Aus Erich Fromm, oder sein, Seite 63